Ja, also leider trotz aller Bemühungen sehen die Tischmanieren von unseren Kleinen nicht wirklich besser aus. Also die sind wirklich kleine Schweineigelchen. Der Elfe. Dabei machst du denen das gar nicht so vor. Guckt euch die Füße an. Nein! Oh Gott, ich bin schon wieder. Hauptsache es schmeckt. Dann kann ich erstmal wieder den Waschlappen rausholen und erstmal alle wieder sauber machen. Und nochmal den Füßchen hinterher, weil es viel Spaß gemacht hat. Du bist aber auch ein Tollpatsch. Du eierst jetzt das zweite Mal in die Futterschüssel rein. Ist ja nicht erst so, dass ihr jetzt seit drei Tagen erst essen würdet, ne? Dann fühlt ihr mir erstmal die Temperatur vom Breichen mit den Füßchen. Ja, bevor es Futter gab, war alles frisch, sauber gemacht. Nach dem Essen können wir jetzt alle nochmal sauber machen. So sieht das Buffet einmal nach dem Mittagessen aus. Die Elfe sagt sich, Cindy, mach du das nochmal schön. Du hast es die ganze Zeit so gut hingekriegt. Das Grobe mache ich, aber fürs Feintuning bist du zuständig. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen, besinnlichen zweiten Adventssonntag. Also ihr Festessen hatten die Kleinen wieder. Vielen Dank.